Ja, hallo, hier sind wir wieder, die zweite Folge von Kanone Records Radio. Wir machen genau da weiter, wo wir vor vier Wochen aufgehört haben, nämlich bei Louis und meiner Hip-Hop-Jugend. Wenn ihr die erste Folge nochmal hören wollt, geht zu Soundcloud, YouTube oder Mixcloud, könnt ihr dort nachhören. Aber jetzt geht's direkt weiter mit Folge 2. Dann gehen wir wieder in die Staaten. Ich sehe, auf meiner Liste ist nichts aus England dabei und auch nichts aus Frankreich, was so im Nachhinein ein bisschen schade ist. I got you covered. Ah, nice, okay. Aber für mich halt, ich habe einfach die wichtigsten Tracks für mich so rausgesucht. Und einer der aller, allerwichtigsten Tracks für mich ist von Gangster, Mostly, The Voice. Rest in Peace, Guru. Puh, wenn du mich jetzt fragst, DJ Max oder DJ Premier, Kopf an Kopf. Kopf an Kopf. Es ist ein anderer Vibe. Bei DJ Max ist es von vornherein so produziert, dass die wussten, okay, da drehen die Leute durch. Und DJ Premier wusste von vornherein, da drehen die Leute durch und drehen sich ein und das Gleiche. Nee, die drehen anders durch. Es ist gechillt. Da chillen die Leute. Da chillen die Leute durch. Ich habe einmal Guru live sehen dürfen mit Jazz Matthias im Karlstor Bahnhof in Heidelberg. Da hatte er leider schon schwer Krebs und da war noch so ein komischer, so ein Typ, der sich da so in den Vordergrund gestellt hatte und dann immer so reingehostet hatte, während Guru irgendwie da eigentlich rappen sollte, aber auch einfach zu schwach war. Trotzdem irgendwie ein spannendes Konzert. Auch die letzte Tour von Guru habe ich ihn nochmal gesehen. Gangster leider nie live gesehen. Primo dann sehen dürfen und auch ansagen dürfen und im Backstage mit ihm quatschen dürfen. Wow. Gangster. Andere Sendung. Guru, Alter. Mostly, The Voice. Mein großes Vorbild. Mein Lieblingsrapper, wenn du mich, keine Ahnung, um drei Uhr nachts aufwächst. Was ist dein Lieblingsrapper? Guru. Ah ja, okay. Ja, Gangster ist auch von meinem Bruder an mich herangetragen worden. Der war zuerst der große Gangster-Fan. Der hatte die Platten zuerst, die CDs und hat mir dann gezeigt, was für ein geiler Shit das ist. Und ich bin dann auch genauso hub gewesen wie er. Wir sind beide riesen Guru-Gangster-Fans. Der und der nächste Track. Also Guru und Text-Tor von Kinderzimmer Productions. Meine beiden großen Rap-Vorbilder. Genau. Und den Song spielen wir jetzt auch direkt. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das Drum-Programming. Ja. Das Drum-Programming ist bis heute unübertroffen gut. Es gibt wenige Producer in Deutschland, die so Drums produzieren können, dass sie so hart hitten und gleichzeitig so intricate und alles ist getunt. Also du musst mal darauf achten, dass jeder Klang von jedem Schlagzeuginstrument, das da drinsteckt, die Hi-Hat, die Snare, die andere Hi-Hat, die andere Snare, die Bass-Trum, alles ist getunt. Das klingt alles bombastisch gut. Und ey, es ist völlig unterschätzte Band. Nur absolute Heads-Hads wissen, wie gut Kinderzimmer Productions sind. Was Sample-Beats angeht, in Deutschland unübertroffen. Punkt. Ich bin deiner Meinung. Damals haben wir beide bei dir und mir im Kinderzimmer mit Fruity-Loop-Beats programmiert. Und das Lied, vor allem das Lied, war eine sehr, sehr große Inspiration und auch so eine Messlatte von der Art der Musik. Da wollten wir hin. Da wollten wir hin, genau. Haben wir nie geschafft. Haben wir nie geschafft. Aber das ist ein anderes Thema. Die sind einfach unerreichbar. Und Textor ist für mich auch der beste Storyteller in Deutschland. Also der ist literarisch wertvoll. Der hat, also natürlich, der hat auch irgendwie derbe Battle-Tracks und den Representer und so. Aber auf dem Track zum Beispiel, da klingt es schon so ein bisschen an, was für gute Geschichten er erzählen kann. Du hörst ihm einfach zu, du schmunzelst, du grinst und denkst ein bisschen nach und kommst irgendwie ins... Oder ins... Ja, der Film läuft halt ab. Lyrisches Gold. Platin. Alter. Und völlig überschätzt. Warum sind die nicht im Olymp des Deutsch-Raps? Sind sie ja. Sind sie ja. Für mich und dich. Wahnsinn. Also große Inspiration für uns beide. Also sowohl was Beats angeht, als auch Texte. Quasimodo. Shoutouts. Ähm. Genau. Wir bleiben ein bisschen im Boom-Bap. Und weder auf deiner noch auf meiner Liste ist KRS-One drauf. Aber im nächsten Song taucht er so ein bisschen auf. Und ich hab's ja auch vorhin schon angekündigt, ähm, dass in meiner Liste ein französischer Song drin ist. Nice. Ähm, und ich glaube, du weißt schon, was ich jetzt gleich spiel. Ich glaube, ich weiß es. Ich bin gespannt. Es ist aus einem Soundtrack zu einem megaguten Film. Ähm, bis gleich. Wow. Das ist NTM mit Cutkiller, ne? Genau. Aus dem Soundtrack vom französischen Gangster-Ghetto-Jugend-Kriminalitäts-Film-Drama La N. Der Hass. Mega. Mega guter Film. Bis heute einer der besten Filme aller Zeiten. Ja. Nicht nur französische Filme. Ähm, genau. Und in dem, also da wird ja nicht gerappt, sondern produziert und gescratcht. Das ist die Szene, wo er die Boxen aufs Fensterbrett stellt und einfach den Hof, das ganze Ghetto beschallt. So ein bisschen auch der feuchte Traum von uns, wie wir in so einer kleinen Stadt oder in einem kleinen Dorf wohnen, wo das ja auch absolut Banane ist, das zu machen. Aber wie geil ist das denn? Du stellst die Boxen an dein Fenster und beschalltst erstmal deine Hood. Wunderschön. Die megageilen Samples, wie gesagt, KRS-One ist drin, Edith Piaf, megagut. Einfach wie dreist, einfach Edith Piaf, so die Königin des französischen Chansons, da so weg, dreist wegzusamplen und so geil. Das ist einfach cool. Richtig cool. So. Louis, was kommt als nächstes? Was soll ich spielen? Ähm, was kommt als nächstes? Ähm, ey, wir müssen, wir müssen einmal nochmal so ein Classic droppen. Ähm, ich würde sagen, wir spielen jetzt mal von Jay und Snoop Gin & Juice. Oh Mann, was für ein geiler Song. Mega, mega gut. Ähm, es musste ein Jay oder Snoop rein und ich hab mich für den entschieden. Ja, die Entdeckung von Snoop, für mich auch irgendwie einfach großartiger Rapper, großes Vorbild, was Kadenzen, Flow, auch seine Freestyles und so. Wenn man mal alte Freestyles von ihm hört, der Flow ist einfach in ihm drin. Unglaubiger, ähm, Innovator damals, was Rap angeht. Ähm, mit seinem direkt auf dem Beat liegenden und immer so leicht laid back, aber immer noch tight. Unglaublich. Das ist so einer der besten Rapper aller Zeiten. Ähm, hat natürlich auch schon alles ausprobiert und so. Und hat damals auf mich natürlich einen riesen Eindruck hinterlassen, weil ich wollte unbedingt so laid back rappen können wie Snoop. Das Doggy-Style von Snoop Dogg, das ganze Album, das ist so gut. Ja. Das ist, ähm, ja genau, wie du es beschrieben hast, so laid back, aber trotzdem knallharter Scheiß. Das könnte ich jetzt auch irgendwie stundenlang drüber reden, wie geil ich dieses Album damals abgefeiert habe. Ich hatte es auch nicht selbst, ich habe das auch immer beim Freund, bei Manu gehört. Ähm, aber im Grunde lief da auch nichts anderes, wenn ich den besucht habe. Was ich total interessant finde, ist, dass dieser Sound, dieses Template von diesem Sound, ja auch für Deutschrap ein komplettes Straßenrap-Revival hervorgerufen hat. Mit, äh, Hatta und SSCO und Schwester Eva, die diesen Style ja komplett übernommen haben. Also, äh, über die Inhalte können wir uns streiten, sowohl bei Dre und Snoop als auch bei den kompletten Gold-Jungen-Leuten. Aber, ähm, für mich so der fresheste Deutschrap-Style, ähm, im Straßenrap-Bereich. Ich finde andere Dinge besser persönlich, einfach weil sie inhaltlich auch mehr meiner Ethik entsprechen. Aber es ist, äh, tatsächlich musikalisch äußerst krass. Ähm, ja genau, ich versuche jetzt gerade den Segway zu finden und ich habe ihn. Ähm, Thema Frauenbild in Hip-Hop-Songs. Genau, der, der Segway vom, zum Thema Frauenbild in, äh, amerikanischem West Coast Gangsterrap. Zu etwa gleichen Zeit, wie, äh, wie ich das Snoop Dogg-Album gehört habe, hat ein anderes Album. Äh, und das ist das vierte Album jetzt auf unserer Liste, das ich komplett auswendig konnte. Äh, wir springen jetzt wieder zurück zum Deutschrap, bleiben aber beim Thema Frauenbild. Ähm, und jetzt gibt's Fettes Brot mit dem Song Männer. Ja, Fettes Brot. Wow, den Song hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich kenne ihn, aber ich habe ihn bestimmt 20 Jahre nicht gehört. Wow. Ja, ja, fantastisches Album. Äh, auf einem, auf einem Auge blöd? Auf einem Auge blöd, genau. Ähm, aber ganz schön schlau. Ja, von 94, glaube ich, der Song. Was für Vorreiter, ey. Rest in Peace, Fettes Brot. Ähm, Shoutouts an Björn, danke, dass ich mal mit dir arbeiten durfte und hoffentlich bald wieder. Ähm. Friend of the Show. Sozusagen. Äh, was für eine Band, was für ein Run, was für ein Ende auch, was für ein Anfang auch. Ähm, eine der ersten Bands, die so unglaublich durch die Decke gegangen sind, mit Nordish by Nature. Und dann einfach aus Protest diesen Song nicht mehr veröffentlicht haben. Während er diesen Run hatte, haben sie gesagt, warte mal, bevor wir hier ein One-Hit-Wonder werden, Nordish by Nature ist tot, haben sie, glaube ich, irgendwie Plakate gemacht, so Della Soul is Dead mäßig, und haben den aus dem Laden gezogen. Ja. Haben die Platten nicht mehr gedruckt, haben gesagt, die CD ist nicht mehr veröffentlicht, haben gesagt, der Song ist weg, jetzt was anderes. Alter, was ein Booth, wie Punk ist das denn? Das ist richtig krass. Und das in einer Zeit, wo halt die Plattenfirmen auch richtig viel zu sagen hatten. Die haben gesagt, nö, 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 wir bringen das mal schön noch weiter raus. Nee, die haben gesagt, ciao, der Song ist uns zu erfolgreich. Ja. Bruder alt. Also diese, ah. Ja, genau, ich, mich hat das damals, also wie gesagt, der Song ist von 94, ich habe ihn, glaube ich, 95, 96 hoch und runter gehört. Ähm, schön die CD damals auf Kassette überspult, damit man im Bus mit einem Walkman, in der Stunde Busfahrt zur Schule immer rauf und runter, die das Album gehört hat. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, hey, wie viel Einfluss hat Hip-Hop-Musik auf dich als Jugendlicher, wenn du halt die ganze Zeit irgendwelchen Koks, ich fick Frauen hoch und runter Kram hörst, beeinflusst das dein Weltbild, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass dieser Song mich beeinflusst hat, weil das hat auf jeden Fall mein Weltbild geprägt. Also so einen Song zu hören und das auch recht anschaulich verpackt, dieses Thema, so dass ich als 12-, 13-Jähriger auch damit was anfangen konnte. Ähm, hat mich immer beschäftigt und das war immer irgendwie im Hinterkopf, wenn es um, genau, so Snoop Dogg-Kram oder jetzt halt natürlich auch irgendwie so anderen Gangster-Rap-Kram ging. Ähm, hat das, das Lied stand immer so hinten im Kopf und hat gesagt, hey, denk mal, denk mal ein paar Schritte weiter. Bei mir war es tatsächlich UNITY von Salt-N-Pepa, Queen Latifah. Aber das habe ich mitbekommen. Das war damals schon so, okay, shit, ähm, warte mal, es ist nicht who you callin' a bitch. Weißt du, so, äh, warte mal, das ist, da ist was falsch im Frauenbild im Hip-Hop bis heute. Und dann, Gott sei Dank, gibt es eine Gegenwelle und wir kennen ja auch einige Rapperinnen aus Hamburg und der Umgebung, die dem Ganzen da entgegenwirken. Nicht nur in Hamburg, aber da habe ich das halt einfach direkt am eigenen, äh, ja, mit eigenen Augen sehen können, wie da eine Szene irgendwie sich dem Ganzen entgegenstellt und ihr eigenes Ding macht, weg von diesen alten Männerrollenbildern und so. Und ich muss mir auch an die eigene Nase fassen. Ein paar frühe Songs von mir waren auch nicht so korrekt, wenn ich sie heute anhöre, was Wortwahl angeht. Allerdings habe ich es Gott sei Dank vermieden, auch, ähm, so den, den, den stumpfesten Sexismus da zu reproduzieren, sondern ich habe schon auch, äh, Dinge im Hinterkopf gehabt, aber... Und als Entschuldigung, du hast die Songs ja oft auch nicht released. Nee, also viele von den Tracks sind nie erschienen, aber geschrieben habe ich sie. Geschrieben hast du sie, ja, genau. Irgendjemand bringt die dann mal raus und sagt, damals. Genau, ich, der jetzt die ganzen CDs von damals noch in der Kiste hat. Ja, du hast jetzt, du hast was gegen mich in der Hand. Ja, nee, aber man war 15 und horny und irgendwie wusste es nicht besser. Und, äh, hat, äh, natürlich irgendwie da andere Musik gemacht als jetzt mit, äh, Ende 30 und nicht mehr horny. Was soll ich als nächstes spielen, Luis? Ähm, wir hatten gerade einen Conscious Track mit wichtigen Themen. Wir hatten Underground Rap, der in den Mainstream hochgeschwappt ist mit fettes Brot und Männer. Und jetzt geht's wieder um Männer und was sie alles falsch machen können. Aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Land, äh, aus einer, aus der wichtigsten Stadt des Hip-Hop und dem wichtigsten Beat-Innovator seit J. Diller. Aber, meiner Meinung nach, wir hören von LP, Stepfather Factory. Ja, hammerhartes Teil. Habartig. Why are you making me hurt you? I love you, Alter. Und das im Loop. Also, die Dystopie, die, diese, diese, diese unglaubliche Cyberpunk-Atmosphäre, die lange bevor Cyberpunk wieder cool war, damals halt einfach irgendwie so neu war und so düster und dark und was passiert hier? Das war irgendwie wie so ein krasser Anime, das war wie so Ghost in the Shell meets Akira, aber alles in New York und irgendwie mit so abgefuckten Gestalten. Alter, Def Juxx ist bis heute eins der krassesten Labels und LP bis heute einer der krassesten Producer und Rapper. Ja, unglaublich. Also, äh, ja, der hittet mich immer wieder und das ganze Album, das erste Fantastic Damage, hat mir so einen Schock gegeben, so einen Culture-Schock. Da wusste ich auf einmal so, shit, das ist der Sound, den ich machen will. Ja. I wanna be LP. Oder an LP. Ich gucke jetzt gerade auf die Playlist und überlege, okay, wie kriegen wir jetzt den Schwung aus dem Conscious, ein bisschen melancholisch, deepen Hip-Hop wieder rein in, wir haben alle Spaß und sind fröhlich und ich habe den perfekten Track gefunden. Yes. Ihr kennt die Band alle, ab der ersten zehntel Sekunde weiß man schon, um wen es sich handelt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja. Unglaublich. Ja, Hammer. Rest in Peace, MCA. Ja, genau, Rest in Peace. Schon wieder Krebs, ne? Fuck, ey. Sind auch einige jetzt in der Liste hier auf unserem Ding da. Genau, wie wahrscheinlich alle schon erraten haben, das waren die Beastie Boys mit dem Song Unite vom fantastischen Album Hello Nasty. Genau, Hello Nasty. Und ich weiß noch, ich war auf dem, im Zeltlager mit der Jugendfeuerwehr Steinfeld, eine Woche lang im Wald übernachtet, im Zelt. Geil. Aber was nicht fehlen dürfte, war eine Autobatterie, eine Boombox und diese CD und wirklich alle, also das war ja wirklich so die Jugendfeuerwehr, da kommen ja auch irgendwie die unterschiedlichsten Leute zusammen, die sich mit Sicherheit dann zehn Jahre später in die unterschiedlichsten Richtungen und musikalischen Geschmäcker auseinander entwickelt haben. Aber alle, alle, keine Ahnung, 20 Leute, die bei diesem Zeltlager dabei waren, haben eine Woche lang dieses Album gehört. Durchgehend, also es lief wirklich von morgens bis abends auf Repeat. Ob Bauer mit Abi oder Banker mit Hauptschulen. Auf jeden Fall. Also das war, das hat sich so eingebrannt in mein Gehirn, dieses Album. Mega gut. Same, same, same. Unglaublich. Ja, das freut mich, dass du auch das Album ausgewählt hast, weil das für mich auch, und ich glaube, unabhängig voneinander hat uns das komplett geflasht. Ja. Wir haben das auch oft zusammen gehört, aber wir sind, glaube ich, getrennt zu diesem Album gekommen und ich habe die Beasties auch ein paar Jahre vorher schon geil gefunden. Also das Erste, was ich von denen gesehen habe, war natürlich Fight for You Right, das lief damals rauf und runter auf MTV, das war natürlich unausweichlich. Und trotzdem habe ich irgendwie dann auch gemerkt, dass die weitaus mehr drauf haben, als jetzt nur irgendwie Bier duschen. Aber hat mich als Teenager jetzt auch noch nicht so gestört. Ja, geil, was eine Band, was für ein Impact. Das nächste Lied ist aus deiner Liste. Wir spielen das von meiner Band. Ja. Peace out to Tobi, Bo, Kuhmann, Mario, Dammit, Magnesium. Ja, mega. Direkt die Frage an dich, Louis. Sind Tobi und Bo die deutschen Beastie Boys und wenn ja, warum? Sie waren das eine Zeit lang. Die waren eine Zeit lang die deutschen Beastie Boys und wenn ja, warum? Weil sie erstmal auch diese ganzen Shenanigans auf der Bühne mitgemacht haben. Die haben einfach abgerissen ohne Ende. Das war die erste deutsche Rap-Band, bei denen es, glaube ich, Moshpitz gab und Action ohne Ende. Ich habe Ja, Ja, Deine Mutter als Maxi-Single unterschrieben von Bo. Was jetzt angesichts der Tatsache, dass du Mitglied der Band bist, gar nicht mehr so spektakulär ist. Aber gut, ich lasse dir die Freude. Ja, aber ich habe das ja schon 15 oder 10 Jahre, bevor ich bei der Band war, mir unterschreiben lassen. Ja, sehr schön. Nee, also das ist schon so ein Dream Come True. Das war das erste Festival, auf dem ich hier war. Das war in Mannheim, die Hard Pop Days. Und da war Fünf Sterne mit als Headliner. Ich glaube, das genaue Lineup kann man tatsächlich noch online irgendwo finden. Hard Pop Days 2000. Fünf Sterne Deluxe waren da. Bloodhound Gang waren da. Bad Religion. Ich weiß nicht, ob Fanta 4, aber die Ärzte, glaube ich. Und das war also ein sehr rocklastiges Lineup. Und also Fünf Sterne haben da so ein bisschen rausgestochen, so wie Cypress Hill oder die Beasties auf großen Rockfestivals. Und haben aber genau so funktioniert. Und da ging es rund. Es war richtig geil. So, es ging gerade um Konzerte. Und der nächste Song ist auch von der deutschen Hip-Hop-Kombo-Formation. Und das war mein allererstes Hip-Hop-Konzert, das ich je im Leben besucht habe. Geil, jetzt bin ich gespannt. Und altehrwürdige Deutschrap-Legenden. Und natürlich meine ich Stieber-Twins. Aber der Song ist nicht von den Stieber-Twins, sondern die Stieber-Twins sind nur Feature. Der Song ist nämlich von Cora E. Einmal Mako, zweimal Stieber. Yes. Genau, Cora E. Die haben ja das volle Programm abgefeiert und das hat mich doch schon sehr abgeholt. Mich auch. Mich hat es auch abgeholt. Aber ich habe damals nicht so viel live gesehen von der Riege. Erst später dann mal Tony L., den ich absolut abfeiere. Und ganz spät, erst vor drei Jahren, nee, vor der Pandemie, also 2019, habe ich dann mal auf einem Hip-Hop-Symposium, wo ich ein Beatbox-Workshop gegeben habe, in der Pop-Akademie war das, habe ich dann danach, war ein kleines Konzert. Und da sind Torch und Tony L. aufgetreten in einem winzig kleinen Club. Das war rappelvoll und es war richtig geil. Über Torch und wie wir den irgendwann mal getroffen haben, können wir in unserer früher schon angekündigten Folge, die wir irgendwann mal aufnehmen, über den Landauer-Untergrund und über Hip-Hop-Underground generell. Anfänge des Fals-Rap. Da können wir drüber berichten. Ich habe nämlich gerade gestern die CD von unserem damaligen Konzert in der Hand gehabt im Cave 54, wo wir quasi Vorband von Torch waren. Ist auch, ja, das muss auch irgendwie 2005 oder 2006 rum gewesen sein. Gut, Louis, wir kommen so langsam zum Ende. Ja. An alle, die jetzt zuhören, noch zuhören, vielen Dank. Cool, dass ich so lange ausgehalten habe. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt uns irgendwie kontaktieren. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, whatever. Wir freuen uns hier mit unserem wöchentlichen Radioprogramm und dem dann einmal im Monat stattfindenden Podcast. Genau, der letzte Song ist aus England. Wir haben denselben Vornamen. Ich dürfte Ihnen auf einem Konzert mal die Hand schütteln. Ich habe ein Foto von ihm gemacht. Das zeige ich auch immer noch allen gern, die es sehen wollen. Stellt euch einfach mich als 18-jährigen, braungebrannten Jungen vor, der neben einem käsebleichen Mike Skinner auf Rockin Park vor einem Bierstand steht und die Daumen nach oben reckt. Heute ist es genau umgedreht. Jetzt ist er braungebrannt, weil er nur noch in Ibiza abhängt und du bist käsebleich, weil du in Hamburg wohnst. Genau, und im Keller sitze ohne Fenster. Geil, Alter, The Streets, Riesenfan auch. Genau, The Streets, Mike Skinner vom ersten Album. Und mit dem Song faden wir dann auch schön gemütlich aus. Das gibt uns genau den richtigen Vibe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, Mike, für die Idee. Danke, Baltic Radio, für den Support. Genau, vielen, vielen Dank, dass wir hier spielen dürfen. Ja, bis bald. Und wir gehen raus mit dem Song Weak Become Heroes von den Streets. Ciao. Ciao. Kanonu Records Radio, KRR. Bringin' the Curb back into music.